Hallo Leute, zurück zu Let's Play Crysis Core Reunion. Wir haben das letzte Mal ein Date mit Aeris gehabt, glaube ich zumindest. Und jetzt wurden wir allerdings wieder zurückgerufen. Wir sollen zum Hauptquartier zurückkommen, denn Genesis hat angegriffen. Also gehen wir auch zurück. Hast du noch mehr Nebenquests für uns? Ich glaube, das ist so, dass dieser Freund von mir rauskommt. Mein Freund ist großartig. Er hat einen Rekord seiner Reaktion. Was er nennt, was er seinen Struggle-Log. Moment. Gab's einen neuen Quest? Nee. Weil das erste Mal, wo wir sie angesprochen haben, dann gab's ne Quest auf einmal. Aber jetzt erst mal nicht. Wir machen weiter. Zeit, sich weiterzuentwickeln in diesem Spiel. Also dann, auf zum Shindra-Gebäude. Hahaha. Nicht so wie in Final Fantasy VII Remake. Schellenlange Schlauch-Level. Let's do this thing. Nein, man is gleich dort. Hey! Oder auch nicht. Hm? Oh, hey Bruno. Mister. Du gehst? Du gehst? Es ist eine gute Sache, dass ich dich getroffen habe. Hier. Ich wollte dir diese Materie geben, bevor du gehen kannst. Ich versuche, dass ich nie wieder stehlen werde. Das ist das, was ich will, dass ich das von mir stehlen. Oh, stehlen vielleicht? Ja, stehlen. Stehlen Materie. Hey, gut für dich, Kind. Ich bin glücklich, dass ich ein guter Räummodel war. Außer, dass ich pleite bin im Gegensatz zu dir. Oh, gut. Wo, woher kommt das von? Zwischen dir und ich? Ich bin ziemlich sicher, Eris ist wirklich süß auf dich, Mister. Na, ich rufe für dich, okay? Wenn er Hilfe braucht, komm mit mir, okay? Hm. Sieht, wie ich viel Vertrauen habe. Na, ich werde dann auf diese Materie halten. Oh ja, die will ich doch gerne weiterentwickeln. Wir haben doch da Rezepte zum Weiterentwickeln von dieser Materie. Aber jetzt geht es jetzt mal zur Sache. Shindra wird angegriffen. Zur Verteidigung. Ähm, Netzwerkfehler. Na gut. Wo war das? War es in den Mails? Nützliche Tipps. Stehlen auf Meister und Analyse. Okay, wir müssen erst Stehlen auf Meister bekommen. Na, toll. Krafttief war sowieso nicht meine Lieblingsattacke. Hm. Achilleshieb ermöglicht, der ein garantiertes kritischer Treffer ist. So, ha? Na, wir wollen stehen. Das muss gemaxt werden. Und dann können wir es kombinieren zum Meister der Materie oder dem Meister der Gegenstände. Und dann muss das gemaxt werden und das kann kombiniert werden und so weiter. Ihr wisst, worauf es hinausläuft. Auf geht's! One-Ming-Klone! Was mir fehlt in diesem Spiel ist tatsächlich Waffen. Ein neues Schwert hätte ich mal gern. Wie sieht's mit... ...en Geals-Schwert aus? Ach, du Schande. Ja, die sind lästig. Und jetzt haben wir Max. Das ist eine sehr willkommen-Party. Aktivieren den Kampf-Mod. Geh zurück! Hach! Blitzen! Es muss blitzen! Ja. Boah, ich bin doch ausgewichen. Tja, die Klone sehen das nicht so. Ach du Schande. Wie wäre es mit einer Beschwörung? Oh, ich bin überraschend. Man, es gibt nur kein Ende zu ihnen. Okay, okay. Komm und geh es! Ich werde euch alle anziehen. Aktivieren den Kampf-Mod. Die End. Der eine wollte mich angreifen. Da muss ich doch gleich mal... ...ne schöne Attacke auf ihn machen. Ey, die FP sind frei. Äh, klauen wir doch mal. Jawohl. Eine Heilwelle gönne ich mir. Habt ihr die schon gesehen? Danke. Unverwundbarkeit und komplette Heilung aller Werte. Sogar über den maximalen Wert hinaus. Oh, schieeeet. Oh, schieeeet. Genesis, bist du das? Hey, hey, das stung. A cut above the usual riffraff, are we? Ha! No problem! Sie kriege. Aktivieren den Kampf-Mode. Sie kriege. Okay. Erst mal klauen. Ich bin gescheitert. Nochmal klauen. Lass mich beklauen. Gift im Pult. eurer nein tue es nicht physische resistenz das ist gut ich bin physisch resistent der stelle ist lässt schön physisch resistent also einfach aufbauen umhauen kann jetzt wäre witzig wenn noch mehr im hintergrund kämen du schon wieder ja Du bist, ehrlich gesagt. Was denkst du, Angeal? Ich bin nicht wirklich sicher, selbst. Manchmal fühle ich mich, als ob mein Geist ist in Fog. Aber Zack, egal was passiert, ich muss meine Honour schützen. All right, I'll help you. Ich denke, ich werde dich da. Nein, Moment. Ich... Die Spiegel fühlt sich ziemlich gut. Ich weiß, dass du auf welcher Seite ist in Scheeles. Hey, sorry. You're late. Sephiroth, you look thin. On to business. I'm certain Hollander has ordered Genesis to eliminate Hojo. Hojo? As in... Yes. The director of the Shinra Science Department. Hollander believes Hojo robbed him of his rightful position. Then their target has to be the science department upstairs. Forget about Hojo. Same old Sephiroth. Fine. Then you take the lower levels. I'll go outside. Zack, go up. I leave Hojo to you. You got it. Okay. Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Aber es ist ja wirklich auf unserer Seite, ist die Frage. Wer ist ja wirklich auf unserer Seite, ist die Frage. Oh, das sind die Gefängnisse. Activieren den Kampf. Da müssen wir doch mal reinschauen. Die Gefängnisse. Bring it on. Ja, da waren die Leute hier gefangen, hier drin. Verschlossen. 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 Hier wurden Cloud und die anderen gefangen gehalten. Blame. Ich komme nirgends rein. Hm. Vielleicht jetzt noch nicht. Vielleicht jetzt. Vielleicht später. Hier kann ich irgendwie... Ja, wahrscheinlich später. Vielleicht passiert hier noch was. Das Probendepot. Oh je. Deswegen muss man sich um Hojo keine Sorgen machen. Der hat seine Experimente. Mit denen er ganz klarkommt. Heimittel. Okay. Keine Gefahr hier. Auf zu Hojo. Ich schütze Professor Hojo. Mhm. Hinter mir ist sogar ein Speicherpunkt. Und Loot gibt's hier auch. Also im Moment sieht er nicht gefährdet aus. Ich weiß ja nicht. Reden wir nochmal mit ihm. Gut. Du bist sicher. Können Sie bitte kalt? Hey. Das Gebäude ist unter Attacken von Genesis. Sein Ziel könnte es dir sein, Professor. Und so... Du bist meine Schutz? Anyway. Können Sie mit mir kommen? Bitte? Hehehehe. Degrading monsters are nothing to fear. Are you talking about Genesis? Indeed I am. A memento from a bygone era. When man could deem any unclassified life form an ancient. Unclassified life form? The celestial calamity. Genova. Uh... You need not know of it. Soldiers duty is not to think. Just follow your orders and protect me. Okay. Erstmal da draufdrücken. Einen Knopf ausprobieren. Einen Knopf ausprobieren. to be of any use. I was about to get rid of them. Such timing. I charge you with their disposal. Was, ich? Hehehe Ich erzähle euch etwas interessantes. Die Kälte der 67 auf der Beobachtung sind um die Beobachtungen zu holen. Die Monster, die du vorhin hast, haben sie eine Kälte für die Beobachtungen. Die Kälte der Beobachtungen vielleicht haben sie etwas für die Beobachtungen. Wenn du interessiert, versuchen die Beobachtungen zu holen. Aber wie du die Beobachtungen aus der Beobachtungen musst du selbst herausfinden. Honiglich, ich finde das überhaupt nicht sehr interessant. Selbst wenn du verlierst, gibt es keine Bedrohung. Nach drei Minuten, ein Beobachtungsgerät wird. Oh shit. Wenn du die Beobachtungen in drei Minuten werde ich nicht sagen, dass du die Beobachtungsgerät warst. Okay, so gut. Aber die Beobachtungsgeräusche, du sagst? Ist das auch die Beobachtungsgeräusche? Ich werde auch die Beobachtungsgeräusche? Du wirst nicht mehr Angst haben, wenn du in drei Minuten fertig bist. Das wird ein guter Test um zu sehen, ob du wirklich bist, Soldaten. Hm. Okay, wo mache ich diesen Test? Hier? Hm. 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 Da darf nicht betätigt werden. Makro-Regener. Warte fünf Sekunden, schalte es dann wieder ab, um SP zu regenerieren. Du erhältst, hängt vom Timing. Eine Feenpunkte, führt leider dazu, dass sich dein Bildschirm während des Countdowns abschaltet. Du hast zu spät abgef- gefährdet das Überschässigung an deine Gesundheit. drücke nach exakt fünf Sekunden und das Gerät rechtzeitig ernst. Okay. Okay. Ja, okay. Kein Plan, was das soll. Aber ja, ich muss... Ich muss ja jetzt eh nach unten, nicht wahr? Drei Minuten. Let's-a-go. These must be the samples. Gebt mir euer Schlüssel! Where are you going? Whoa, 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 whoa! My eval and soldier pride is at stake! Come! Man! They're scattered all over the place! Got it! So, I can take the items and the monsters have the keys to the... Reaktor-Vorschlüssel in den Verwahrungszeilen wirst du die Gegenstände und sind die Türen verschlossen. Die Monster tragen die Zähne und sind bei sich. Dir, sie ihn zu stehlen, kannst du dir die Gegenstände oder den Nagel reißen. Erledige sämtliche Versuchungen. Hier, schlagen. Was haben die Gegenstände? Okay. Here I come! Activating Combat Mode! Ja, das ist nicht so leicht. Zellenschlüssel, jawohl. Ich muss jetzt erstmal in die Richtung weiter. Hier we go! Activating Combat Mode! Ha! Take that! Ha! Ha! Jawohl! Ein weiterer Zellenschlüssel. Oh yeah! Hm, ein weiterer ist in die Richtung gelaufen. Ich erinnere mich. Activating Combat Mode! Und auch deinen Zellenschlüssel. Oh yeah! Ist relativ simpel. Gift erhalten. Okay. Oh, Gift ist auch ein guter. Die anderen drei sind in die Richtung, soweit ich mich erinnern konnte. There you are! Komm schon, Undi! Activating Combat Mode! Aus dem Weg! Take that! Gönnung! Gönnung! Jawohl! Und da ist Nummer... 6. Ja, die Zellen, die haben wir schon entdeckt. Die... kannte ich schon. Der rennt wieder weg. Nein, tut er nicht. No escape! Activating Combat Mode! Erst nen Fünferhieb. Und dann Clan. Und wir haben auch den letzten Beschluss bekommen. So, und jetzt hab ich die Zeit, um die... die Zellen zu öffnen, oder wie? Okay! There's some time left. I'll check... Ja... Good! Huh! Jawohl! Ich hab gar keine Zeit, anzuschauen, was ich hier alles schön bekomme. Gut! Allheilmittel, jawohl! Superdrink! Zweigil... Naja... Gut! Loot ist gut, sag ich euch! Loot ist gut! Ach, du Schande! Äh, da ist natürlich... gut! Fünfhundert... Vita... ...und zweitausend! Gut! Tja, Hojo! Schon wieder deine blöden Tests! W- 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 Easy... Easy... Hm... Kein Schlafgas... Easy... Hm... Kein Schlafgas... Easy... W- ... W- 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 Natürlich. Genesis? A second-rate hack like Hollander couldn't cure a cold. Genesis, that's enough! Ah, what do we have here? My friend, the fates are cruel. There are no dreams. No honor remains. The arrow has left the bow of the goddess. The entire cast of Hollander's Freak Show. Shut up, you! Loveless, Act 4. Where the two friends challenge each other to a duel. An ancient epic. I read it thinking it might aid my research, but... pure drivel. How does the duel end? Unknown. The last act is missing. And yet to be discovered. There are various theories. The mysterious gift of the goddess. What is the meaning behind it? For us, at least. Hey! Hold it, Genesis! That's it. That's why Genesis came here. My soul corrupted by vengeance. Hath endured torment to find the end of the journey in my own salvation. And your eternal slumber. He's summoning again. Zack, I leave this to you. Huh? You can do this. Trust me. Don't leave me here! Stop! Come back! Erith? Listen, can I call you back later? I have some company. Go back to the end of combat mode. Bye! And now, I have some company. Oh! Okay. So ein Leben geht ja ganz gut zurecht. Ganz gut weg! Ganz gut weg! Was? Laster sphäre! Was ist das? Was? Was passiert hier? Oh, shit, shit, shit. Super, Trank. Jo. Der pustet mich einfach weg. Äh, die Raketen. Komm, irgendwann, irgendwie, irgendwann, warum auch nicht. Okay, Blitz ist nicht gut gegen dich. Was macht der jetzt? Okay. Easy. Wieder hin. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ja, schnell die Highwall reinschmeißen, dann sind wir unverwundbar. Exa-Flair. Exa-Flair. Oh, shit, meine Unverwundbarkeit ist wieder zu Ende. So, this is the slums. Something wrong? It's just really cluttered. So, you don't like it? Just the opposite. I'm right at home. Hooray. I knew you'd say that, Zack. Is that really a good thing? Aerith ist wieder am Start. Danke, Aerith. Weiter geht's. Oh, TPBU's Plus ist mächtiger. Das bedeutet, mein Max-Leben ist stärker. Okay, Unverwundbarkeit ist abgegangen. Aber jetzt ist es zu Ende. Blitzer erhalten. Nice. Nice. Where did everyone go? Eine gute Frage, die wir wahrscheinlich in Kapitel 5 erfahren werden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.